ChilliTV Hoi miteinander, willkommen auf ChilliTV. Ein Haufen Leute haben mir gesagt, ich mache es nicht mehr auf ChilliTV. Und das hat mich angespannt, um wieder einmal etwas zu machen. Meine Stimme ist leider schwer beeinträchtigt, aber ich glaube, gehört und versteht mich ja trotzdem. Ich versuche jetzt wieder anzufangen mit dem ChilliTV. Ihr müsst euch halt einfach an diese Stimme gönnen. So, und als Novum, ich spiele auch Handpan, habe ich im Studio einen neuen Song eingespielt mit der Handpan und Bass und Perkussion etc. Und ja, damit ich jetzt einfach auch wieder einmal einen Beitrag machen kann in ChilliTV. Also viel vergnügen mit Handpan-Music vom Chilli. ChilliTV. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.